Ja, ich habe Google Bart zum ersten Mal ausprobiert und werde dir in diesem Video mal Google Bart demonstrieren, was es kann, wie das Interface ist, wie es im Vergleich zu JetGPT ist. Vorwegnehmen möchte ich aber, dass du Google Bart eigentlich noch gar nicht nutzen kannst hier solange. Also in Österreich, Deutschland ist Google Bart noch nicht verfügbar. Aber über ein CDN kann ich es natürlich nutzen, allerdings derzeit noch mit Einschränkungen. Auf die komme ich gleich. Es ist eben nur eine Beta-Version, eine Vorversion. Und ich habe bei diesem ersten Test Licht und Schatten entdeckt, aber mehr dazu in diesem Video. Ja, ich bin hier schon eingeloggt in Google Bart. Also das ist mal so die Oberfläche. Hier unten eben ist dieses Chatfeld, was gleich auffällt ist, dass neben diesen Eingabe-Button, dass hier auch ein Mikrofon ist. Das heißt, man kann mit Google Bart auch sprechen. Das werden wir jetzt auch gleich testen. Aber wenn man hier links oben in der Ecke schaut, dann steht hier Experiment. Also das ist eine Vorversion. Das möchte ich auf jeden Fall dazu sagen. Und diese Vorversion hat mehrere Einschränkungen. Zwei davon sind ganz offensichtlich. Also die erste Einschränkung ist, Google Bart kannst du eigentlich jetzt hier noch gar nicht nutzen. In Deutschland, in Österreich und so weiter. Sondern ist derzeit freigeschalten für zum Beispiel Großbritannien, USA natürlich und so weiter. Also da läuft es jetzt. Da kann es jetzt jeder nutzen. Das Einzige, was man benötigt, ist einen Google Account. Und wenn du in deinen Browser eingeloggt bist, in den Google Account, mit deinem Google Account, also wenn du zum Beispiel den Chrome Browser nutzt, dann kannst du direkt starten, Bart zu nutzen. Ich habe das jetzt ganz einfach über einen CDN gemacht. Also ich habe mich einfach hier mit einem Server UK verbunden. Das heißt, Google denkt jetzt, ich greife von Großbritannien hier zu auf Google Bart. Und deswegen kann ich es ganz normal nutzen. Ein schneller Tipp an der Stelle, falls du selber noch keinen CDN hast, gibt es jetzt derzeit einen extrem günstigen Lifetime Deal. Das heißt, du bezahlst einmal 19 Dollar. Nicht monatlich, sondern nur einmal 19 Dollar und hast ein CDN, das du für immer nutzen kannst. Jetzt nicht nur wegen Google Bart oder so, sondern ein CDN ist ja in vielerlei Hinsicht eine gute Sache, kann auch deine Sicherheit erhöhen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier auf AppSumo. Ja, meine Abonnenten kennen AppSumo, weil ich immer wieder regelmäßig Deals von AppSumo vorstelle. Das ist einfach eine Plattform, wo es kurzfristig zu Tools Lifetime Deals gibt, für die man ansonsten monatlich bezahlen müsste. Ich verlinke dir jedenfalls den Deal zu dem CDN, mal diesen extrem günstigen Deal um 19 Dollar unter diesem Video. Und jetzt geht es aber zurück zu Google Bart. Okay, also so sieht mal die Oberfläche von Google Bart aus und die Bedienung ist natürlich kinderleicht. Man muss hier auch nicht viel erklären. Es gibt ein paar Feinheiten, die unterschiedlich sind zu JetGPT. Bezüglich der Einschränkungen, wie gesagt, die erste Einschränkung, dass es eben hierzulande nicht nutzbar ist, sondern du kannst es eben derzeit nur über den CDN zum Beispiel nutzen, wenn du dich Großbritannien und so weiter oder USA eben einloggst. Aber, und die zweite Einschränkung, die derzeit noch extrem groß ist, ist, dass du Bart eigentlich derzeit noch nicht in Deutsch nutzen kannst. Wobei ich habe Bart ein paar Mal ausgetrickst, dass er dann auch in Deutsch geschrieben hat. Selbstverständlich funktioniert Bart auch in Deutsch und natürlich in allen Sprachen wie JetGPT auch. Aber für diese Beta-Version, für dieses Experiment, ist Google Bart derzeit eben nur für die englische Sprache freigeschalten. Und das wird auch der Grund sein, warum es derzeit eben nur in Großbritannien, USA etc. verfügbar ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt anfange und sage, Hallo, wer bist du? Dann bekomme ich folgende Antwort. I'm still learning languages, so at the moment I can't help you with this request. Okay, wir werden aber schauen, ob ich im Laufe des Videos auch mal austricksen kann. Ich werde jetzt mal weitergehen und ich gebe jetzt einfach mal eine englische Frage ein. Hello, who are you? Dann antwortet er, Hi, I'm Bart, a large language model, also known as a conversional AI or chatbot, trained to be informative, comprehensive, bla bla bla. Also er gibt uns eine Antwort, er erklärt, wer er ist. Und jetzt kann ich ihm mal fragen, das hat vorhin geklappt. Ich habe sogar den Chat noch in einem anderen Fenster offen. Ich zeige es uns, falls es jetzt live nicht klappen sollte. Aber ich frage ihn mal, which languages do you speak? Ich achte jetzt auch nicht auf Rechtschreibfehler, denn das sollte er auch erkennen, so wie ChatGPT auch. I can speak, ja, ja, und dann sagt er es eben schon. I can speak and translate between over 200 languages, including English, French, Spanish, German, Chinese, Japanese, bla bla bla. Jetzt schreibe ich mal German. Sure, I can speak and translate German. What would you like to say? Say, hello, who are you in German? Also ich setze das in Anführungszeichen. Ja, und dann übersetzen wir das, also formal und informal sogar. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Na, wie geht's? Okay, und wenn ich jetzt sage, okay, then answer on this question in German, dann wird er wieder nicht antworten. Dann sagt er wieder, ich bin language model, ist noch nicht freigeschalten. Das nervt ein bisschen. Nehme ich mal an, aber vielleicht überrascht er mich. Ja, I sure I can answer your question in German. Okay, just ask away. Okay, okay. Which model are you based on? Fragezeichen. Jetzt schauen wir mal, ob er auf Deutsch arbeitet. Er müsste jetzt sagen, dass er auf dieses Salm-Model trainiert ist, aber hier die Antwort in Deutsch bekomme ich natürlich nicht. Wie ich es mir gedacht habe. Also man kann nur kurz mal, dass er irgendwas übersetzt sozusagen, aber dann ist es auch gleich wieder aus. Also da sind wir jetzt recht streng. Wenn wir jetzt mal kurz, also das Interface hat man jetzt schon gesehen. Ein paar Besonderheiten und Unterschieden zu ChatGPT möchte ich jetzt noch zeigen. Und zwar, was gleich ist, wie gesagt, dieses Chat-Interface. Und wenn ich dann irgendwo draufklicke, kann ich eben meine Eingabe ändern. Aber das ist schon mal ein Unterschied. Bei ChatGPT kann ich das auch bei vorhergehenden Eingaben ändern. Und bei Bart nicht. Bei Bart habe ich nur die Möglichkeit, dass ich das bei der letzten Eingabe ändere. Also nur hier habe ich diesen Stift, wohingegen ich bei ChatGPT natürlich auch eine Eingabe ganz am Anfang irgendwie ändern könnte, wenn ich das wollte und dann von dort aus wieder weiter chatten könnte. Gut, das ist mal das Erste. Aber es gibt noch weitere Unterschiede. Zum Beispiel, ich frage ihn nochmal was. What is YouTube? Blöde Frage, aber er wird mir darauf jetzt was antworten. Was auch auffällt ist, man kann ihn nicht zusehen beim Schreiben, sondern es ist immer so kurz, dass man warten muss. Und dann ist die komplette Antwort da, während ChatGPT quasi live schreibt. Das finde ich ein bisschen cooler. Aber ein Unterschied ist, das ist eigentlich ziemlich cool, dass man hier drücken kann auf View Other Drafts und dann hat man gleich andere Entwürfe, die man direkt umschalten kann. Das heißt, ich kann nicht nur wie bei ChatGPT Regenerate Response machen. Ja, das kann ich hier auch. Ich kann hier auf diesen Button klicken, dann wird die Antwort neu generiert, ist hier wieder dieses Spinning Wheel. Aber ich habe auch gleich automatisch drei Versionen, die er mir jedes Mal generiert und die ich hier auch durchschalten kann. Also Bart ist schon ziemlich schnell, weil er generiert ja nicht nur diese eine Antwort, sondern er generiert ja in Wirklichkeit immer drei Antworten, die man hier sofort sehen kann. Das ist mal ein Unterschied. Des Weiteren, wie gesagt, das Mikrofon. Da kann ich hier draufklicken, ich habe jetzt sowieso gerade ein Mikrofon. How are you? I'm doing well, bla bla bla. Er erwähnt immer wieder, dass er still under development ist. Genau, wie gesagt, also das sind eigentlich schon, von der Bedienung her gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Man sieht, Google hat hier stark kopiert von ChatGPT, außer eben diese drei Drafts, die man da hat. Ansonsten, und dass man hier halt eben nur die letzte Eingabe nochmal bearbeiten kann, nicht die vorhergehenden. Ansonsten, Dark Mode hat ChatGPT auch. Reset Chat und die Chats werden derzeit noch nicht hier gespeichert. Es steht hier zwar Bart Activity, aber wenn man da draufklickt, dann habe ich eben hier eben die älteren Chats. Aber so richtig gespeichert sind sie nicht. Das ist eher so, dass hier jede einzelne Eingabe von allen Chats irgendwie gespeichert werden. Das finde ich ein bisschen, ja, das finde ich bei ChatGPT besser. Kann jetzt natürlich mit dieser Beta-Version auch zusammenhängen. Da kannst du nämlich wirklich in die alten Chats rein. Hier wird irgendwie jede Eingabe, ja, jede Eingabe irgendwie abgespeichert. Aber ich habe dann keine Details dazu. Ich könnte das jetzt hier nur löschen. Das mache ich jetzt mal nicht. Wenn ich auf Details klicke, dann sehe ich nur meine Eingabe, aber ich sehe noch nicht mal die Antwort, die er darauf gegeben hat. Also irgendwie gespeichert wird da noch gar nichts und auch nicht hier eben auf der Seite. Also ich kann nicht in alte Chats reingehen. Das ist der Grund, warum ich mir alte Chats in anderen Fenstern offen gelassen habe, damit ich sie jetzt im Video nochmal zeigen kann. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, ich habe Licht und Schatten gesehen. Damit meine ich, jetzt gehen wir mal zum Schatten. Also ich möchte jetzt noch gar nicht kritisieren, dass er noch nicht in Deutsch verfügbar ist. Und das ist jetzt einfach eben, weil sie es halt ausprobieren. Diese Beta-Version, diese Experiment, das soll jetzt noch gar keine Kritik sein. Das ist okay. Ich werde, sobald eben Bart in Deutsch verfügbar ist, einen wirklich ordentlichen Test machen. Weil so macht das ja jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt da zu sehr in die Tiefe gehe, wo es jetzt noch die Beta ist. Aber diesen YouTube-Kanal bitte abonnieren. Dann bleibst du zu KI-Themen immer auf den Laufenden. Es gibt sowieso ganz viele Videos auf diesem YouTube-Kanal zu KI-Themen. Und auch auf meinem Blog auf hobert-leitlinger.com gibt es ganz, ganz viel zu KI. Also auch Bilder KI, also Bilder mit KI erstellen. Zu ChatGPT verschiedene Tipps, ChatGPT-Alternativen, KI-Bild-Generatoren, auch Geld verdienen mit ChatGPT. Da gibt es ganz, ganz viele Themen. KI-Text-Generatoren im Test, im Vergleich. Link auch unter dem Video. Also wie gesagt, ich werde natürlich Bart nochmal richtig testen. Das ist jetzt eher so ein erster Eindruck. Aber zurück zu dem Licht und Schatten, was mir eben aufgefallen ist, zumindest jetzt auch in der Beta, ist, dass die Merkfähigkeit auf die vorhergehenden Chats teilweise nicht so gut ist in Bart. Ich habe das hier, wo ich es kurz vor dem Video mal eben ausprobiert habe, ist Give me the outline of a Blogpost about Push-Ups versus Benchpress. Genau. Und dann hat er mir das erstellt. Ist jetzt nichts großartig Beeindruckendes. Ja, da hat er mir so Introduction, Push-Ups, Benchpress, which is better und Conclusion. Ja, das wäre schon, das Outline wäre okay. Okay, aber natürlich mit einem, ich meine Prompt war jetzt auch nichts Besonderes, weil einfach nur ein Einzeiler zu schreiben, give me an Outline. Wie gesagt, umso besser der Prompt, umso besser der Output, deswegen möchte ich das nicht kritisieren. Und dann habe ich geschrieben, okay, now write the whole Blogpost, Minimum 1500 Words. Das mit den Wörtern kriegt er genauso wenig hin wie ChatGPT. Er hat mir das dann geschrieben, also auch nach diesem Outline, was er da gemacht hat. Die Wörter habe ich zählen lassen, es waren 700 irgendetwas Wörter, also natürlich die 1500 nicht. Dann habe ich noch geschrieben, okay, bitte eine Vergleichstabelle machen. Das hat er dann auch gemacht mit Push-Ups und Benchpress, eine Vergleichstabelle, auch formatiert als Tabelle. Das ist okay soweit. Und dann habe ich geschrieben, ja, thanks can you translate it, my blog is multilingual. Da wollte ich ihn wieder austricksen, dass er auf Deutsch schreibt, dann sagt er es sure. Und ich soll ihm sagen, welche Sprache. Dann habe ich geantwortet, German. Und dann hat er mal wieder geantwortet, nein, das kann er nicht, er wird noch trainiert und bla bla bla. Okay, dann habe ich geschrieben, okay, denn Italy, und da komme ich jetzt zu dieser Merkfähigkeit. Und dann sagt er wieder irgendetwas, was gar keinen Bezug hat auf dem, was wir vorher geschrieben haben. Dann schreibt er plötzlich, Italy is a country with a rich and diverse culture, bla bla bla. Ja, Roman Empire. Das war nicht der Punkt. Und dann sagt er, für ChatGPT wäre das null Problem. Und es geht jetzt mal noch gar nicht, ob er jetzt diese Übersetzung leisten kann oder nicht, sondern einfach diese Merkfähigkeit. Ich habe, hier hat er diesen Blogpost geschrieben und dann habe ich gesagt, kannst du es bitte übersetzen. Dann German, dann sagt er, nein, geht nicht. Dann sage ich, okay, Italy. Und dann hat er sich nicht gemerkt, dass er es jetzt auf Italienisch übersetzen soll, sondern schreibt einfach irgendwas von Italien. Also das ist das, was ich mit Schatten meine. Und das habe ich eben, ich habe es öfter mal ausprobiert und es ist immer wieder vorgekommen, dass es sich einfach dann, also diese Merkfähigkeit extrem schlecht war. In ChatGPT ist das viel besser, vor allem in der Plus-Version, also mit GPT-4. Ich habe auch GPT-4 getestet und verglichen mit GPT-3.5. Schau dir dieses Video gerne an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und da sieht man eben, dass diese Merkfähigkeit auch richtig gut ist und die Kreativität und so weiter. Alles das teste ich jetzt. Natürlich habe ich noch nicht im Detail mit Bart getestet. Macht auch wenig Sinn, wenn es jetzt so eine Beta-Version ist. Gut, aber eben da hat er sich wieder nicht gemerkt. Und genau das ist eben die ganze Zeit vorgekommen. Könnte natürlich auch sein, dass ich ihn verwirrt habe, weil ich immer wieder dazwischen auch versucht habe, ihn auf Deutsch umzustellen oder dass er mal in Deutsch schreibt und so weiter und dass ihn das auch verwirrt hat. Aber ansonsten dann zum Beispiel hier Translate, dann habe ich nochmal geschrieben Translate in Spanish, weil ich habe mir gedacht, ja vielleicht kann er Spanisch schon, weil es ja auch viele spanisch sprechende Menschen gibt, auch in den USA selber. Deswegen habe ich mir gedacht, ja vielleicht Spanisch. Und dann hat er gesagt, ja sure I can translate it into Spanish, here is the translation. Und dann hat er halt irgendwas geschrieben über Bart, also hier Bart, Google AI, also irgendwas, also wieder auch gar nicht auf den Blogpost bezogen, das hat er eben schon längst vergessen. Und dann habe ich ihn erinnert, ich habe geschrieben, I mean translate the blogpost. Und dann hat er geschrieben, sure I can translate the blogpost into Spanish, here is the translation. Spanischen und ich kann leider kein Spanisch, aber ich glaube nicht, dass er mir meinen Blogpost von vorher übersetzt hat, weil hier steht mi blog, mi blog. Ich glaube, er hat irgendwas über Blogging geschrieben auf Spanisch. Hier blog traduzido, also wenn ein spanisch sprechender Zuschauer hier ist, dann kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich heißt das Blog übersetzen, also er hat überhaupt nicht, er hat sich gar nichts gemerkt. Und dann habe ich noch geschrieben, weil ich wollte mal wissen, ja entetable. Und dann hat er irgendwas anders gemacht, hier einfach Englisch-Spanisch. Genau, also er hat dann einfach irgendwie Übersetzung Englisch-Spanisch als Thema genommen. Also das funktioniert hinten und vorne noch nicht. Das wird ein Grund sein, warum das jetzt noch in Beta ist und noch nicht überall verfügbar ist. Also selbst in Englisch funktioniert das noch nicht wirklich gut. Gut, das war also, das war das, was ich mit Schatten gemeint habe. Wie gesagt, nicht der Fakt, dass er noch nicht deutsch, jetzt in Deutsch noch nicht verfügbar ist. Das ist halt einfach so, ist jetzt eine Vorversion. Aber genau das hier, genau das, dass er sich einfach nichts merkt. Schlechter als GPT 3.5. Es kam bei ChatGPD schon auch mal vor, dass er sich in der Version, also in der 3.5 Version, dann mal, wenn du länger hier geschrieben hast, dann sich nicht mehr exakt an Details erinnern konnte von dem, was vorher war. Aber nicht in diesem katastrophalen Ausmaß wie hier in Bart. Also das klappt gar nicht. Dann habe ich mir aber gedacht, ja gut, aber Bart ist ja vielleicht verknüpft mit Google, ist ja von Google vielleicht eben aktuelle Daten. Und da habe ich ein bisschen Sonnenschein gesehen. Ich möchte da jetzt mal nochmal genauer darauf eingehen. Ich habe ihm erstmal gefragt, what date is today? Okay, das kann ChatGPD mittlerweile auch, dass er dir das aktuelle Datum sagt, das ist klar. Okay, ja, today is Tuesday, genau, das ist der Aufnahmezeitpunkt. Dann habe ich geschrieben, which time is in Vienna? Dann hat er mir die richtige Zeit gesagt. Okay, das ist jetzt auch noch nicht so beeindruckend. Das war eben vorher 10.15 Uhr. Genau, und dann, which weather is in Vienna? Und das war jetzt so das Erste, was ich interessant fand. Weil dann sagt er, according to Google weather, the weather in Austria, bla bla bla, ist 16 Grad. Ja, das stimmt, wenn ich hier beim Fenster raus sehe, das stimmt soweit. Also ich bin jetzt nicht in Vienna, sondern in der Nähe von Salzburg. Aber das ist soweit korrekt und das hat mich mal positiv gestimmt. Das heißt, alleine das hier hat mir gezeigt, okay, BART nutzt live Google Daten. Das ist natürlich eine Sache, das kann ja ChatGPD nicht. Ich habe zwar auch einen Blogpost gemacht, wie du ChatGPD mit dem Internet verbinden kannst. Verlinke ich hier eben auch unter dem Video. Aber in BART scheint das zu funktionieren. Jetzt habe ich mal gedacht, okay, wenn er sich der Google-Suche bedienen kann, frage ich ihn doch mal, wer ich bin. Great, do you know Robert Leitinger? Ich habe ihm gedacht, weil das könnte er ja googeln. Dann sagt er, I do not have enough information about that person, bla bla bla. Und dann, can you research about Robert Leitinger? Und dann hat er gesagt, as a language model, I am not able to assist you with that. Da habe ich mir wieder gedacht, okay, doch nicht so gut. Aber vielleicht, wie gesagt, ist das Ganze, was deutschsprachig ist, jetzt derzeit einfach deaktiviert. Auch, dass er jetzt nicht in Google.de was recherchiert. Vielleicht aber nur, vielleicht aber dennoch Live-Daten eben aus der englischen Version von Google sich holt. Also Google OS und so weiter. Dann habe ich ihn gefragt, do you have a connection to the Internet? Und dann sagt er, yes, I have a connection to the Internet, bla bla bla. I am hosted on Google-Servers, which are connected to the Internet. This allows me to access and process information from the Internet, which I use to answer your question and generate text. Das klingt ja schon mal gut. So, dann, okay. Why then you can't search about Robert Leitinger? Habe ich ihm geschrieben. I do not have enough information. Ja, ich habe ihn aber nicht gefragt nach Informationen, die er vielleicht gespeichert hat mit den vorher trainierten Daten. Sondern ich habe ihn gefragt, ob er danach suchen kann. Das konnte er nicht. Dann habe ich ihm noch gesagt, er soll bei Google.de suchen. Das hat er dann aber auch nicht gemacht. I can't assist you, bla bla bla. Okay, lassen wir das mal so stehen. Sagen wir, okay, vielleicht geht das noch nicht. Gut, dann habe ich geschrieben. Dann habe ich mal gedacht, okay, ich nehme jetzt etwas, was nach 20, also nach 2021 passiert ist sozusagen. Oder, ja, wo ChatGPT eigentlich nicht Bescheid weiß. Und testen wir mal, ob jetzt Google Bart Bescheid weiß. Ich habe dann geschrieben, okay, dass there is a war in Europe at the time. Also ist derzeit gerade ein Krieg in Europa. Und er schreibt, yes, there is a war in Europe at the time of this writing. Russia invaded Ukraine on February 24, 2022. Gut, also da hat er eben Live-Daten. Denn das könnte dir ChatGPT tatsächlich nicht beantworten. Weil ChatGPT ja trainiert wurde bis, man sagt, September 2021. Dann habe ich geschrieben, ja, that is very sad. Und er hat geschrieben, ja, das ist ja sehr traurig. Und dann habe ich das Thema gewechselt. Dann habe ich geschrieben, on which language model are you based? Und dann sagt er, I am based on the Palm 2 language model, which is the large language model, bla bla bla, developed by Google AI, is trained with a massive dataset und so weiter. Und dann habe ich ihm gefragt, great and bis when, habe ich geschrieben bis, okay, ich mische da auch mal. Aber er hat es verstanden, are you trained with data because ChatGPT is only trained until September 2021? Und dann sagt er, I am still under development, so I am not sure when I will be fully trained. Also er wird jetzt gerade weiterentwickelt. However, I am being trained on a massive dataset and text, bla bla bla. The TechCrunch article you linked to mentions, ich habe zwar nichts verlinkt, okay. To mentions that Palm 2 was trained on a dataset that was significantly larger than Palm 1. Ja gut, das kann man sich noch vorstellen, sonst würde es ja nicht Palm 2 heißen. However, the article does not specify when Palm 2 was trained. It is possible that Palm 2 was trained on a dataset that was collected after September 2021. Gut, also er weiß es selber nicht, aber offensichtlich hat er eben trotzdem auch aktuelle Daten, wahrscheinlich aus dem Internet oder auch teilweise trainiert damit. Gut, das ist jetzt nicht aussagekräftig. Ich habe gedacht, okay, dass er mich nicht kennt, okay, aber jetzt nehme ich mal eine Person, die nicht im Englischsprachenraum bekannt ist. Das habe ich dem bekannten CEO Neil Patel genommen, den hat er natürlich gekannt. Wobei, das könnte er auch mit vortrainierten Daten gekannt haben. Ich frage ihn jetzt nochmal was. Do you know the CEO Tool answer the public? Könnte er kennen, weil das gibt es ja schon länger. Ich setze nochmal unter Anführungszeichen. Sollte er eigentlich kennen. Und jetzt frage ich ihn, weil Neil Patel hat das erst vor kurzem mal gekauft, vor ein paar Monaten. Who owns answer the public? Fragezeichen. Wenn er jetzt sagt Neil Patel, dann bin ich relativ beeindruckt. Schauen wir mal. Answer the public ist, oh, bei Neil Patel digital. Stimmt. Und ja, und das sind ziemlich aktuelle Daten. Also ich habe dieses Beispiel, egal ob du jetzt Neil Patel kennst oder so, um das geht es gar nicht. Es ist jetzt nur ein Test, weil Neil Patel, wie gesagt, ist ein Marketer, ein CEO, der im englischsprachigen Raum eben sehr, sehr bekannt ist. Einer der bekanntesten der Welt. Und answer the public ist eben ein SEO Tool. Ich stelle auch immer wieder SEO Tools vor. Also Kanal abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast. Und das wurde eben vor wenigen Monaten gekauft von Neil Patel. Also, dass er das weiß, zeigt mir, dass er da ziemlich akkurate Daten hat. ChatGPT würde das niemals wissen. Wir können es ja schnell ausprobieren. Kennst du Neil Patel? Ja, wird er schon kennen. Das ist die GPT-4-Version, ChatGPT Plus. Ja, bla bla, okay. Und jetzt schreibe ich, kennst du das SEO Tool? Das wird er kennen. Answer the public? Fragezeichen, kennt er natürlich. Ich stoppe das jetzt, weil die GPT-4-Version ist ein bisschen langsamer. Ich werde das jetzt einfach umformulieren. Wer besitzt das SEO Tool Answer the public? ChatGPT wird mir jetzt 1000%, da wette ich jetzt drauf, nicht sagen Neil Patel. Er wird vielleicht sagen, er weiß es nicht. Ist ein SEO und Content. Das zum Zeitpunkt meines letzten Trainings bis September 2021 im Besitz von der in London ansässigen Agentur Coverage Book war. Das ist korrekt, was ChatGPT hier sagt. Er formuliert sogar korrekt, weil er sagt, dass bis zum Zeitpunkt des letzten Trainings, das ist eh gut gemacht. Das heißt, die Antwort ist völlig korrekt, die er da gibt, weil er sagt, ja gut, bis zu dem Zeitpunkt, bis September 2021 war es jetzt im Besitz. Aber er könnte mir nie sagen, dass Neil Patel Answer the public jetzt besitzt, obwohl ich vorher sogar auf Neil Patel hier im vorhergehenden Chat, wenn ich jetzt sage, Answer the public wurde von Neil Patel gekauft. Vielen Dank für das Update, ja. Okay, aber es soll hier nicht um ChatGPT gehen, sondern wir gehen jetzt noch einmal zum Abschluss zurück zu Bart. Und ich beende das Video mit, make a joke about ChatGPT. ChatGPT, why did ChatGPT get fired from the joke writing factory, because it kept making dead jokes. Okay. Also schreib mal, was ist deine Meinung zu Google Bart. Wie gesagt, das ist natürlich kein repräsentativer Test, aber es wird definitiv einen großen Test geben, wenn Google Bart mal von der Beta draußen ist und in Deutsch verfügbar ist, dann gibt es einen großen Test auf diesem Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.